ahoi ihr landraten und herzlich willkommen zurück zu stranded deep ich habe mal wieder überlegt was bauen wir als nächstes das ist eine frage und zwar und zwar wollte ich jetzt ein bohthaus bauen richtig klassisches bohthaus aber die schwierigkeit ist dass wir nur solche brenner brauchen und deswegen sollten wir dann mal losfahren um etwas zu organisieren aber was auch noch sehr wichtig ist wir brauchen ja wieder bald wasser und deswegen da ich meine eimer noch nicht auf der haben wir erst mal los zur alten insel um die eimer zu organisieren würde ich sagen auch ich werde Hä? Das ist schon wieder auf den Kack jetzt hier. Oh nein. So. Oh, los geht's. Und schafft die kleinen Blöden zu erfällen. Schwierig anzeigen, wie der Wunsch ist. Die Haube ist auf unserer Alpeninsel. Da kommt ein Hochhaus drauf. Und dann geht's in diese Richtung. Jetzt schauen wir weiter. Mal noch ein bisschen rumgehen. Es ist 16 Uhr gleich. Ich bin dann auch schon wieder wohl ab. Geht hier schon aus dem Flugzeug. Ja, ich bin dann sicher schon in der Flüge. Ich bin doch noch einmal in der Flüge. Der ist ja sich einfach hierzu, Aber hier ist dann ein Haus. Da ist er ja schon. Da müssen wir da mal hin. So. So. Ach, was ist denn das noch für Zeiten, ne? Ich bin ja gar keine Einwärmung. Ach, da bin ich noch einmal. Moment. Hm. So. Wieso kann ich den denn nicht nehmen? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Davon sollten wir noch ein paar mitnehmen? Wieso kann ich den denn nicht nehmen? Okay. Das lassen wir mal hier liegen. Das ebenfalls. Ja, okay. Okay. Es ist schon lange ganz gedunkel hier. Ich schalte mal die Lampe an. Trockene. Ist auch alles hier trockene. Wieso? 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 Das ist alles hier. Wir haben das nicht geschmuggelt. Irgendwas brauchbares. Morphin. ist hier drinnen noch irgendwas, die Lampe können wir mitnehmen, aber sonst Vontagen noch, Vitamine, ja schon habe ich wieder keinen Platz mehr. Ich renne trotzdem noch einmal hier rum, weil ich finde hier noch ein, zwei Bretterchen, bei der Gelegenheit kann man eigentlich gleich mal gucken, ob dieser Grafikpack noch besteht, ne, für diese Brücke, die ich da bauen wollte. Hier gibt es aber anscheinend nichts weiter anliegt, nichts angespült hier. Nö, schade. Hier schauen wir uns mal die Brücke an. Ja. 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 Ja, die gibt es immer noch. Die das nicht in den Griff kriegen, ey. Schade. Na gut, dann verschwinden wir hier mal. Auch noch mal langsam wieder eine Mütze schlafen. Okay, honra ab hier. So, wo war das jetzt noch krass? Das war ein Fahrgäser. Schauen wir mal, wo es im Griff schlägt. So, wo war das jetzt? Das war ein Fahrgäser. Das war alles. Das war das Fahrgäser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Super. Und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.